hallo leute ich wollte mal nur zu info sagen wird ein kleines info video ja zu info galaxy wird leider jetzt nicht mehr kommen weil let's play together wird es würde es denn überhaupt nicht mehr werden weil mein bro der war im tier und der war eben hier und hat gesagt mensch das spiele ich jetzt nicht mehr und wenn er das nicht mehr spielt dann alleine spielen will ich das jetzt auch nicht weil das wäre wirklich blöd finden deswegen kommt demnächst nach einem gewissen projekt was ich dann noch machen werde der projekt nicht aber nach einem speziellen video sage ich mal kommt dann ein anderes let's play und das wird dann auch genauso wieder wird dann auch ganz lustig und ich hoffe das gefällt euch denn auch und ja wollte ich noch mal zu info gesagt haben also ja mit galaxy ja ja müssen wir sehen also war jetzt nur zum info das video und ja meine haare sind wir zu lang merke ich gerade nicht so lange haare mag ich mich nicht so gerne naja muss ich ja schneiden auch auf ins gerade winter ist und das eine wolle auf dem kopf eigentlich ganz gut tut weil man am kopf denn nicht so friert aber wozu hat man mit sind ja wo die nur gesagt haben und viel spaß bei dem nächsten let's play tschüss tschüss